Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Neuralink, zweiter Patient, erhält Gehirncomputerschnittstelle. Neuralink, das von dem Unternehmer Elon Musk gegründete Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Gehirncomputerschnittstellen spezialisiert hat, hat kürzlich bekannt gegeben, dass ein zweiter Patient ein Implantat erhalten hat. Diese Entwicklung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine dar und könnte weitreichende Auswirkungen auf die medizinische Technologie haben. Der neu eingesetzte Chip soll dem Patienten helfen, motorische Fähigkeiten zurückzugewinnen. Das Unternehmen berichtete, dass der zweite Patient eine Diagnose von schweren neurologischen Schäden hat, die eine besondere Herausforderung für die konventionelle Medizintechnik darstellen. Die Implantation der sogenannten Link-Technologie, die die Kommunikation zwischen dem Gehirn und externen Geräten ermöglichen soll, fand in einem speziellen Krankenhaus statt. Laut Neuralink könnte diese Technologie in der Zukunft nicht nur für Menschen mit neurologischen Störungen von Bedeutung sein, sondern auch für gesunde Individuen, die beispielsweise ihre kognitiven Fähigkeiten erweitern möchten. In einer Mitteilung äußerte sich Musk begeistert über die Möglichkeiten, die diese Technologie bieten kann. Er erklärte, dass das Ziel der Implantation nicht nur darin besteht, medizinische Probleme zu beheben, sondern auch den menschlichen Geist zu erweitern. Die Hoffnung ist, dass die Technologie es ermöglichen wird, Medizin und Software auf unkonventionelle Weise zu kombinieren, um Menschen eine verbesserte Lebensqualität zu bieten. Neben dem medizinischen Nutzen gibt es auch ethische und soziale Implikationen, die mit dieser Technologie verbunden sind. Experten warnen vor den möglichen Risiken einer unkontrollierten Verbreitung der Schnittstelle. Fragen der Privatsphäre und der Datensicherheit spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Kritiker argumentieren, dass der Zugang zu solchen Technologien ungleich verteilt sein könnte, was zu einer weiteren Spaltung in der Gesellschaft führen könnte. Ebenfalls wichtig ist die Forschung zur Langzeitverträglichkeit der implantierten Geräte. Wissenschaftler und Ingenieure von Neuralink arbeiten kontinuierlich daran, die Sicherheit und Funktionalität der Geräte zu verbessern. Der zweite Patient, der das Implantat erhielt, wird im Rahmen einer umfassenden Studie überwacht, um die Auswirkungen und die Effektivität der Technologie über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Neurowissenschaftler sind optimistisch, dass die gesammelten Daten dazu beitragen können, die Technologie weitzuentwickeln und zu verfeinern. Im Gespräch mit einigen Forschern im Bereich der Neurowissenschaften wurde deutlich, dass viele von ihnen die Entwicklung der Gehirn-Computerschnittstelle mit Spannung verfolgen. Letztlich bleibt abzuwarten, wie sich diese Technologien entwickeln und welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft, die Medizin und die ethischen Normen haben werden. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Reaktionen auf diese bahnbrechenden Entwicklungen zu beobachten und zu verstehen, inwiefern die Gesellschaft bereit ist, mit den Herausforderungen und Chancen umzugehen, die sich durch innovative medizinische Technologien wie diese ergeben. Autorin Anita Farke, Montag, 5. August 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.